guten morgen jetzt ist schon der zweite und ich freue mich einmal geschlafen und dann darf ich gleich den nächsten tag aufmachen das finde ich gut machen wir natürlich auch ganz vorsichtig und wir finden hach ist das schön design papier aus dem aktuellen herbst winter katalog das ist ja schön dieses eines aus einem deck the hall set und dies kommt komplett aus einem anderen paket das kennt ihr auch weil das ist das mit dem ich ganz viel arbeite könnt ihr euch erinnern ja und ja die schwarz finde ich ganz hübsch glaube ich für silvester aber wie ich ja mittlerweile alle schon von mir wisst ist ja grün nicht so meins deswegen habe ich dieses set nämlich nicht aber du kannst es dir gehen kaufen gibt es bei uns auch im katalog und ein bisschen haben wir ja noch für weihnachten also wenn du nicht bei jetzt ich denke ich muss mir das noch mal im katalog angucken aber ich würde sagen ich mache am ja ich würde sagen 15 dezember die letzte bestellung damit es noch vor weihnachten ankommt vielleicht ich muss das noch mal ein bisschen beobachten vielleicht auch schon am 13 damit wir sicher sein können dass dinge vor weihnachten noch ankommen gebe ich aber auf jeden fall noch rechtzeitig bekannt zu jetzt wünsche ich dir einen tollen samstag bei allem was du tust und wir sehen uns morgen zum ersten advent wieder bis dahin tschüss